Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal klar! Komm mal klar, komm mal klar! Was geht ab, Leute? Wir machen gerade das Kostümfitting für das Flyershooting von Jenny. Bist du gerade mitten? Wenn ich dir sage, wenn Bisti sagt, das sieht gut aus, dann sieht das wunderbar aus. Los geht's, dein Handy klingelt! Weniger ist mehr! Ich hab keine Zeit, ich muss hier gerade filmen. Geh bitte dran für mich. Oder findest du das Thomas? Ossi, Ossi! Bitte! Oh nein, nicht schon wieder die KVB, Alter, ich kenn das Spiel. Frag sie, ob es nicht ne geile Idee war mit dem Shooting überhaupt mit Jenny. Ich soll dir von Ossi sagen, ob das nicht ne geile Idee war mit dem Shooting von Jenny. Das betont deine Figur, ja, das ist gut. Aber ist das nicht vielleicht zu lang? Nee, das steht hier, das ist super. Aber damit seh ich noch ein bisschen aus wie Haus mit euch hin. Ich soll doch schön zu gern sein, oder nicht? Ja, das sieht geil aus, glaub ich, ja klar. Ja, das betont deine Figur auf jeden Fall ganz gut. Ja, Jenny, absolut, das ist alles perfekt und so. Ah, ja, das freut mich. Dann, wenn das Material so ein Goldbed ist, kannst du dir sagen, dass wir dann jetzt endgültig das Material mit Kim rausnehmen, weil ich die eh scheiße finde. Mit Nachdruck sagen, dass ich sie wirklich scheiße finde. Also Kim. Da das ja so ist, könnt ihr jetzt das Material mit Kim rausnehmen, weil ihr die so scheiße findet. Ja, ich wollte den Leuten daraus zeigen, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und wegen ihrem Ausbild niemals in Schubladen gesteckt werden. Und durch das Material kommt nicht in meinen Fall. Ich habe mich für meine Familie überhaupt nicht kennengelernt. Stattdessen bist du ein Teppich ins Bild und Abitüren, was sollte das. Und stattdessen verhältst du mich so. Sie hat doch gesagt. Willst du mich verarschen? Du hast gerade eine Minute zugehört und sie hat nur doch gesagt? Doch. Alter, halt's im Maul. Also es kann nicht wahr sein. Nein, Spaß beiseite. Machen wir so, da ich eh keinen Bock mehr habe darüber zu diskutieren. Ich nehme es mit in den Film rein. Nicht alles, aber teilweise habe ich auf jeden Fall meinen Seelenfrieden. Aber ich finde es immer noch scheiße. Weil du es bist und du so süße Maus bist, sagt er, nimmt er alles mit rein, gegen dir. Ja, alles klar. Ich soll dir sagen, du bist sweet. Was? Du bist süß. Was? Wie soll ich das von dir geben? Echt jetzt? Oh Junge, warum küsst du mich denn dann? Das ist perfekt. Ja klar. Queen ist die Barbe der Hoffnung. Absoluting das ist, oder nicht? In diesem Sinne. Bis gleich. Wie ein Löwe, die Zähnen fletschen, genau. Hey! Cool, dass du da bist. als du willst. Ich weiß doch. Hallo. Ist das in Ordnung? Ja, wenn die okay ist. Entschuldigung, ich unterbreche, aber wäre das in Ordnung, wenn ich ein paar Interviewfragen stelle? Ja, klar, gerne. Jenny, ist das für dich auch in Ordnung? Ja, klar. Dann starte ich mit der ersten Frage. Sie können einfach schon, wenn das nicht... Ja, dann würde ich einfach weitermachen. Die erste Frage, wie bist du so selbstbewusst geworden? Also ich muss ja dazu sagen, ich war nicht schon immer so selbstbewusst. Das habe ich mir wirklich mit einem langen, harten Weg erarbeiten müssen, weil ich ja nicht diese 90-, 60-, 90-Frau bin und das ja überall in TV und auf Social Media so dieses Schönheitsideal ist, was ich dem natürlich nicht entspreche. Aber dass ich hier so posen kann und so selbstbewusst bin, das habe ich jetzt endlich erreicht. Darauf bin ich echt stolz. Ja, das kannst du. Weil ich ja auch in der Schule tatsächlich früher gemobbt wurde. Ach, krass. Ja, und heute ist so selbstbewusst. Die Bilder sind aber auch ziemlich krass geworden, wenn ich mal schauen wollte. Ja, super. Guck mal hier. Ich würde mal kurz was schicken gehen, wenn es in Ordnung wäre. Ja, klar. Okay, cool. Kurz Pause. Ich gehe mit und du kommst auch. Natürlich. Und ja. Ja? Es macht auch echt Spaß. Ich mache das ja nicht so oft tatsächlich. Aber ich muss Spaß machen. Oder das heißt, es war auch fast. Cola gerne. Ach so, ja. Das Shooting ist gut. Das Shooting ist gut, ja. Super. Nee, echt. Du machst das wirklich gut. Danke. Danke. Ja, bitte schön. Danke dir. Jenny, ist das ein Problem für dich, wenn wir das Interview weitermachen? Nö. Ja? Okay. Im Oscar für die Kamera bereit? Ja, klar. Wenn ich irgendwelche Fragen stelle, auf die du nicht antworten möchtest, sag einfach Bescheid. Ja? Okay. Möchtest du über die Schulzeit reden und über das Mobbing, was da stattgefunden hat? Ja, die Schulzeit war tatsächlich nicht einfach. Ich kam morgens mal in die Klasse auf der Weiterführendunschule und dann stand da Janice an der Tafel. Und das tut natürlich echt krass weh und das steckt man nicht so einfach weg, das bleibt einem im Kopf. Ja, also wir hatten auch eine Mitschülerin in der Klasse, die wurde auch gemobbt wegen ihrem Gewicht. Und ja, wir haben da echt gar nichts zu tun, warum nichts zu geben. Ja, das ist halt das große Problem an der ganzen Sache, dass keiner wirklich für dich einsteht, sondern alle immer nur zuschauen. Und das lässt dich natürlich noch schlechter fühlen. Also mir hätte es auch geholfen, wenn mal jemand irgendwie für mich eingestanden wäre, abgesehen von der Lehrerin natürlich. Aber das bringt ja nichts, wenn du Anschluss machst. Eine Klasse, ne? Aber ich habe gelernt, einfach Menschen aus meinem Leben zu cutten, die mir nicht gut tun und möchte einfach mein Ding machen, weil es geht darum, dass ich mich wohlfühle. Und es geht nicht darum, ob jemand anders mich irgendwie schön findet oder nicht. Und es geht nicht darum, irgendwie, dass sich jemand anders über mich äußert. Du hast dir keine Meinung über mich zu machen und über meinen Körper erst recht nicht. Und ja, ich mache jetzt einfach mein Ding und dazu gehört meine Ausbildung und auch mal in netten Klamotten zum Beispiel ein Fotoshooting zu machen. Und das auch ohne Sideszähler. Entschuldigung, Jenny, wenn du jetzt magst, können wir jetzt gerne weitermachen. Okay, ja klar, ich komme. Na dann, geh mal rüber. Und wie findest du es? Bisher ganz gut, du machst das echt klasse. Komm, ich ziehe uns das an. Jenny, geh doch einfach nochmal hier vorne an die Liege. Ja. Setz mal eine Hand auf die Liege. Was geht ab? Wir haben heute 1er-Material eingesackt und wir sind stolz. Das könnt ihr auch sagen, das war großartig. Dankeschön. Danke, danke, danke. Das war mega. Aber ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen, weil Jenny hat sich gerade umgezogen. Verstehen. Ja, nee, stören will ich auch nicht. Bleibt gesund. Jenny, danke dir auch für das Interview und deine Offenheit und alles, was du so gemacht hast. Gerne. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. 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 Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, zurück zum Vlog. Es lief alles mega super und morgen geht's dann weiter mit Schneiden und Sichten des Materials. Bei einem Arbeitsteller. Bei einem Arbeitsteller. Bei einem Arbeitsteller. Tschüss. Tschüss. Tschüss.